Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium aus dem Buch der Sprüche. Der Titel unserer heutigen Betrachtung heißt Worte der Wahrheit. Und wir haben als den Grundtext herausgenommen aus diesen Kapiteln, die wir diese Woche zum Studieren hatten, in Kapitel 22, den Abschnitt von Vers 19. Damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, lehre ich dich heute. Ja, dich. Habe ich dir nicht Vortreffliches geschrieben mit Ratschlägen und Lehren, um dich die zuverlässigen Worte der Wahrheit wissen zu lassen, damit du die Worte der Wahrheit denen weitergibst, die dich senden. So, wir haben in der letzten Betrachtung gesehen, wo es um Worte der Weisheit ging, dass das Wort uns vermitteln muss, die Weisheit. Wir haben uns aber konzentriert auf diesen einen Punkt, weil in der Fülle der Informationen, die wir hier in den Sprüchen haben, können wir nicht in dieser Zeit darauf eingehen, auf alles. Wir haben uns konzentriert auf diesen einen Punkt, der in unserem Herzen so entscheidend ist, damit wir weise werden. Und das ist dieses Vertrauen auf sich selbst. Deshalb sagt hier der Schreiber, welcher ja letztendlich unser himmlischer Vater ist, der durch den Salomo, durch seinen Geist uns diese Worte vermittelt und sagt uns, ab Vers 17, neige dein Ohr und höre auf die Worte der Weisen und dein Herz achte auf meine Erkenntnis. Denn das ist lieblich, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst, wenn sie allesamt bereitstehen auf deinen Lippen. Damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, lerne ich dich heute, ja dich. So, der Grundsatz der Weisheit, der Grundsatz ist das Vertrauen auf den Herrn. Hier ist unsere große Not und ich denke, ich habe das durch diese ganzen Betrachtungen hoffentlich immer wieder versucht, deutlich zu machen. Unsere große Not, aus der wir rettet werden müssen, damit wir weise sind, damit überhaupt etwas aus unserem Leben passiert für die Zukunft und für die Ewigkeit. Dann müssen wir aus dem Selbstvertrauen zum Gottvertrauen kommen. So, das ist das, was wir letztens betrachtet haben und was uns die Aufmerksamkeit, hoffe ich, darauf gelenkt hat, was verändert werden muss in unserem Leben. In dieser heutigen Betrachtung geht es um denselben Abschnitt. Es geht aber um einige Details, die wir schon gelesen haben in den Sprüchen, aber nie richtig darauf eingegangen sind. Und das ist der Umgang mit unseren Worten. Der Titel heißt Worte der Wahrheit. Der Text sagt, wir sollten die Worte bereitstehen haben auf unseren Lippen. Und wir sollten fähig sein, zu lehren, sagt er, Ratschlägen und lehren und zuverlässige Worte der Wahrheit fähig sein zu erklären, weiterzugeben, die wir gelernt haben. Es geht hier um die Ausübung dieser Tätigkeit des Redens. Und darauf möchte ich mich heute in unserer Betrachtung konzentrieren. Es ist also wichtig für mich, dass wenn man vieles liest, dass man sich reduziert auf etwas, was man selbst braucht und was man selbst in der Praxis umsetzen muss. Und das, was wir jeden Tag brauchen, das, was wir jeden Tag benutzen, das, was uns jeden Tag eine tägliche Arbeit ist, ist das Reden. Der eine redet mehr, der andere redet weniger. Aber wir alle reden, wir alle kommunizieren mit unserer Umwelt. Und das Wort ist das Zentrum der Kommunikation. Ja, wir kommunizieren nicht nur verbal, nicht nur über Worte. Auch unser Körper spricht, unser Ton spricht, unsere Gestik, Haltung, Blickweise. All das kommt zusammen. Als Paket werden wir sehen. Aber letztendlich ist das zentrale Mittel der Kommunikation das Wort. Es war es so von Anfang und wird so bis zum Ende bleiben oder bis in alle Ewigkeit werden wir das Wort und wird das Wort das Kommunikationsmittel sein zwischen Menschen, zwischen Gott und zwischen Engeln und zwischen Menschen und Tieren. Das heißt, die Worte, das Wort steht im Mittelpunkt. Und so findet sich in der Heiligen Schrift der Johannes, der Jünger Jesu, der fängt sein Evangelium an mit diesen Worten. Wir kennen sie wahrscheinlich alle schon sehr gut. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht ein eines entstanden, was entstanden ist. So das Wort ist am Anfang. So der Umgang oder Worte sind also nicht etwas Belangloses. Sie sind nicht eine Nebensache. Und in dem Buch über das Leben Jesu, der eine Jesus Christus im ersten Kapitel unter Gott mit uns, da wird uns beschrieben, dass Jesus Christus im zweiten Absatz der hörbare Gedanke Gottes wurde. Das heißt, Gottes Wort, Gottes Gedanken werden uns durch seinen Sohn offenbart. Ich lese, durch sein Leben mitten unter uns, sollte Jesus das Wesen Gottes den Menschen und den Engeln kundtun. Er war das Wort Gottes. Durch ihn wurden Gottes Gedanken vernehmbar gemacht. Das heißt, Christus ist der Ausdruck der Gedanken Gottes. Er ist sozusagen das Wort Gottes. Deshalb sind die Worte, die auch wir gerufen sind, als Menschen zu sprechen. Ja, es gibt Töne und Kommunikationen in der Tierwelt. Aber es gibt keine Worte darin. Worte sind gegeben den Menschen. Sie sind gegeben den Wesen, die mit Verantwortung zu tun haben. Deshalb sind, ist das Benutzen der Worte in der Heiligen Schrift eines der wichtigsten Elemente des Menschen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn Gott uns durch den Salomo in Sprüche 18 folgendes sagt. Sprüche Kapitel 18 Vers 21 Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Und in Vers 20 davor sagt er, an der Frucht seines Mundes setzigt sich der Mensch. Das heißt, der Mensch wird letztendlich offenbart durch das, was er spricht. Die Sprache Die Sprache Die Worte, die wir aussprechen, können also lebendige Worte sein, das heißt, sie führen zum Leben und man kann sich von ihnen sättigen oder die Worte führen in den Tod und sie sind dann unser Schicksal. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und in Sprüche 22, 11 da sagt der Salomo von Gott geleinkt, Wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat Luther übersetzt eine liebliche Zunge hat dessen Freund ist der König. So Worte glaube ich, haben wir erkannt, sind wichtig. Sie geben hervor, was in unserem Herzen ist. Jesus sagt das in Lukas 6, Vers 45, dass aus der Fülle des Herzens spricht die Zunge. ist der letzte Ab, der letzte Vers, die letzte Idee aus dem Vers 45, denn wovon sein Herz voll ist, dann davon redet sein Mund. und Jesus sagt hier, dass im Herzen wir zwei Schätze, also zwei mögliche Schätze liegen können. Entweder der eine, der zum Guten führt und Gutes hervorbringt oder der ein böser Schatz ist und der zum Bösen führt und das Böse hervorbringt. So, wir wollen also uns ein bisschen befassen mit dem Reden, mit dem Benutzen der Worte, weil ich halte es für mich, da ich viel reden muss, eines der wichtigsten Aspekte der Kommunikation, die wir brauchen, dass wir wissen, wie wir reden, weil letztendlich können wir an unseren Reden auch erkennen, was in unserem Herzen ist und was wir verändern müssen in unserem Herzen, damit daraus nicht mehr Worte kommen, die zum Tode führen, sondern Worte kommen, die zum Leben führen. Wir wissen, in der Heiligen Schrift sagt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer, dass Gott es als gut gesehen hat, durch so etwas Einfaches wie eine Predigt den Menschen zum Glauben zu bringen. das heißt, durch das Vermitteln von Worten wird ein Mensch angerührt. Man kommt in Kommunikation miteinander und diese Kommunikation ist entscheidend zum Leben oder zum Tod. Jesus sagt, dass wir im Gerecht von jedem unnützen Wort Rechenschaft ablegen müssen. Unsere Worte müssen also entsprechend sein, weil durch sie bringen wir Leben sowohl für andere als auch für uns und durch sie können wir den Tod bringen für uns und auch andere dazu beeinflussen den falschen Weg zu gehen und ich denke keiner will das. Lasst uns ein wenig betrachten wie Worte entstehen oder woher sie kommen und all die Fragen die wir beachten müssen bei dem Umgang mit dem Reden. Es ist immer schön, dass man sich das irgendwie bildlich darstellen kann und ist wichtig, dass man das kennt. Wir haben den Titel mit der Botschaft Worte der Wahrheit. Das heißt, es muss also einen Pool geben, es muss einen Herkunftsort geben für die Worte. nennen wir ihn einen Herkunftsort. Das heißt, woher kommt das Wort? Woher kommen meine Worte? Herkunft. Die Frage nach dem Woher? Woher? Es gibt bei dieser bei der Wurzel gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das ist ja gut. Es gibt also den Pool der Wahrheit und es gibt den Pool der Lüge. So. Das heißt, jeder Mensch kann sich selbst die Worte nicht oder die Information nicht selber herstellen. Er spricht zwar, er hat also diese Fähigkeit Information durch Worte auszudrücken. aber die Information hat einen Ursprung, eine Herkunft und die ist nicht aus uns selbst. Ja, die Herkunft ist der Herkunft vielleicht sagen wir hier der Information Die Herkunft der Information hat entweder einen Pool der Wahrheit oder einen der Lüge. Das heißt, von irgendwo muss der Mensch sich sie holen. Er hat keine andere Wahl. Er kann es nur benutzen, aber er muss sie holen. Und er kann entweder aus der Lüge holen, aus dem Pool der Lüge oder er kann aus der Wahrheit die Worte sagen und reden. So entscheidend ist Christus als Wort Gottes hatte den Pool, wenn man so will, als offenbart, als das Wort war Fleisch, sagte Jesus, er tut alles, was er den Vater sieht tun. Er redet auch das, was er sieht, den Vater sagen. So für Christus, der für uns Menschen das geoffenbarte Wort Gottes ist, dass die geoffenbarten Gedanken Gottes er nimmt aus dem Pool der Wahrheit. Er hat sich nie verirrt, von wo er seine Information nimmt. Seine Information war immer der Vater. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, den Salomo, wenn er in dieser Sprache zu seinem Sohn spricht. Wir haben das immer wieder gelesen, auch jetzt in den Worten davor. Mein Kind, mein Sohn, neige dein Herz zu meiner Rede. Das heißt, du bist in der Gefahr, du hast zwei Möglichkeiten und du bist in der Gefahr, die Lüge als Wahrheit zu sehen und kannst dich dann verirren auf dem Weg. Deshalb gebe ich dir eine Vorgabe. Ich lehre dich, was Wahrheit ist. Vielleicht lesen wir das nochmal, um es zu sehen, wie eindrucksvoll er versucht, das uns beizubringen. Neige dein Ohr und höre auf die Worte der Weisung. Das heißt, der Pool ist außerhalb von mir und dein Herz, achte auf meine Erkenntnis. Ich lehre dich, achte darauf, denn das ist lieblich, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst, wenn sie allesamt bereitstehen auf deinen Lippen. Das heißt, ich, wenn man so will, man nimmt die Worte auf und man hat einen gewissen Speicher. wenn ich jetzt das bin, ich als Mensch und jetzt schwierig, das zu malen, das bin jetzt ich und ich muss ja mit der Information etwas anfangen und ich nehme sie auf und ich speichere sie hier. Das heißt, sie sammelt sich an, so dass ich sie habe, wenn es darum geht, sie zu benutzen. Das heißt, ich nehme die Wahrheit und ich speichere sie in mir. Ich muss sie lernen und ich muss sie auch speichern. Ich muss sie aufnehmen und je nachdem, wie ich sie, was ich speichere, ob ich mir von hier die Information hole oder von hier, das speichere ich und das brauche ich zum Zurückgreifen. Denn das ist lieblich, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst, wenn sie allesamt bereitstehen auf deinen Lippen, damit du dein Vertrauen auf deinen auf den Herrn setzt, lehre ich dich heute, ja dich. Das heißt, dein Vertrauen musst du setzen auf die Wahrheit, auf den Herrn. Das Wort der Wahrheit ist Christus. Christus ist das Wort der Wahrheit. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wer ist denn der Ursprung der Lüge? Das wissen wir, das ist Satan oder Luzifer. Aus ihm kommt die Lüge hervor. Wir brauchen also eine klare Unterscheidungsfähigkeit. woher wir uns füttern. Was wir aufnehmen. Deshalb sagt der Prophet Jeremia, dein Wort ward meine Speise, als ich es empfange. Jeremia 15 ist das geschrieben. So, der Jeremia nimmt es auf. Der Mensch soll das Wort aufnehmen. Er soll es speichern in seinem Inneren, weil von dort, wo er das Wort nimmt, das ist die Vertrauensbasis. Und jetzt hat der Mensch in sich selbst, in seinem betrogenen Herzen die Idee, dass er das Ding aus sich selbst macht, dass er die Quelle der Information ist und er sich, wenn er etwas äußert, es aus sich selbst tut. Das ist völlig unmöglich. Jeder Mensch muss sich orientieren nach einem Pool außerhalb von ihm. Er ist nicht die Information. Er ist nur die Verarbeiter, der Verarbeiter der Information. Und ich hoffe, dieser Gedanke ist uns klar geworden. Aber jetzt brauche ich nachdem ich es aufgenommen habe, ich das Wort sprechen. Und jetzt gibt es drei Fragen zumindest, die bei dem Sprechen berücksichtigt werden müssen. So, das Erste, was ich denke, wir beachten müssen bei der Sprache, ist die Frage nach dem Was. Was soll ich reden? Was ist es, was ich hier ausdrücken soll? Die andere Frage ist nach dem Wie. Wie sage ich ein Wort? Die dritte ist, wann sage ich das Wort und wann sage ich es nicht? Und die vierte Frage ist, an wen wende ich mich mit welchem Wort? So, es sind also vier Fragen für die Anwendung des Wortes, die alle berücksichtigt werden müssen, in dem Kontext der Weisheit. Es muss, also wenn wir Worte der Wahrheit reden wollen, dann reicht es nicht, dass wir im Wort die Wahrheit sagen. Weil die Wahrheit ist nicht im Wort alleine, Sondern sie ist in dem Wie mit drinnen. Und sie ist auch in der Zeit drinnen. Und sie ist auch deutlich gerichtet an wen. verstehen. Deshalb wäre es wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese vier Fragen, diese vier Aspekte unseres Redens betrachten. Und wir wollen uns jedes Einzelne im Detail anschauen. und sehen, wo wir praktisch lernen können. Ich sage jetzt, weise zu sein, Worte der Wahrheit zu reden, weil die Worte der Wahrheit sind nicht nackt, wenn ich es so sagen will. Sie haben und bringen mit sich Aspekte, die alle diese vier Fragen, zumindest diese vier Fragen mit beinhaltet. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, dann können wir sehr leicht betrogen werden, furchtbar leicht betrogen werden und sind uns nicht denn mal bewusst, dass wir uns selbst betrügen. So lasst uns der Frage nachgehen. Was ist der Inhalt meine Wort? Die Frage nach dem Was? Ich denke, hier sind wir am allerleichtesten verführbar, weil wir konzentrieren uns sehr stark auf das, was wir sagen wollen, vergessen aber dabei die anderen drei Teile, die dazu gehören. Ich kann mich noch gut erinnern an meine Gespräche als Student oder später mit den erwachsenen Kindern, wie ich versucht habe, mit Überzeugung ihnen das Was beizubringen. Ich wollte ihnen erklären mit Argumenten, dass es Gott gibt, dass es die Schöpfung gibt und all das war eine Kommunikation, wo das Was im Mittelpunkt stand. Ich konnte vieles über den Sabbat und ich konnte die Bibel sehr gut zitieren und das Was war immer im Zentrum. Bis ich erkennen musste, dass etwas nicht gut läuft. Nach jedem Gespräch, das ich hatte, auch wenn ich mich zurückerinnere an die Anfangsjahre, wo ich mit anderen diskutierte, es war kein gutes Gefühl, das dabei entstand. Ich hatte Nöte, anschließend Frieden zu finden in mir. Als ich vor, ja es mag jetzt schon fünf Jahre her sein oder sechs, nach so einem Gespräch mit einem unserer Kinder oder mit mehreren über Gott und die Schöpfung und über das was stark argumentiert haben und ich unterwegs war anschließend und hatte Zeit zum Nachdenken, habe ich, was ist falsch an der ganzen Sache? Was ist das, was an dieser Situation so schlecht läuft? Ich habe doch die richtigen Argumente, ich benutze das richtige Was. Aber was ich vergaß, was ich nicht berücksichtigte, war das Wie? War vielleicht ein bisschen, aber was völlig ignorant ist, ist das Wann? Wann soll man etwas sagen? Wann soll man seine Argumente bringen? Und an wen soll man sie richten? So, gerade im Glaubensleben sind wir Menschen von dem Was ziemlich beeindruckt. Das Was steht uns irgendwie ganz im Mittelpunkt. Wir müssen diese Information, weil sie stimmt, sie ist wahr, vermitteln. Und wir mögen rein wörtlich, sage ich jetzt mal, in dem, was wir vermitteln, Recht haben und dennoch durch die Ignoranz des Wies, des Wanns und des Anwen wird völlig falsch liegen. Das heißt, wir können uns so sehr auf einen Aspekt konzentrieren und dabei das andere weglassen und sind genauso unweise, sind genauso betrogen und tun durch unsere Worte genau das Gegenteil von dem, was wir wirklich beabsichtigen. Da ist ein schlimmer Betrug und hier kommt nun die Schrift, hier kommt Gott und will uns lehren und sagen Junge, mein Sohn neige dein Ohr, höre, damit du umsetzt und wir finden bei Salomo alle Aspekte sowohl des Inhalts des Wies und vor allen Dingen an wen und wann alle Aspekte müssen harmonisch ineinander greifen, damit wir mit Worten richtig umgehen, damit Worte der Wahrheit nicht durch eine verkehrte Art zu Worten der Lüge werden oder wo die Wahrheit dann quasi nicht zum Leben führt, sondern zum Tode. So können wir dann, wenn wir Dinge sehen, wie soll ich sagen, ansprechen, aber aber das, was wir dann beabsichtigen, gar nicht erreichen, weil wir unklug vorgehen, sozusagen, weil wir in der Torheit uns befinden. So lasst uns uns das eine merken an diesem Punkt. Das Was ist wichtig, es ist und kommt aber nicht alleine, es hat eine Bekleidung und diese Bekleidung ist an das Was gebunden, es ist das Wie. So lasst uns das klar machen. Der Inhalt, das Was ich rede, muss stimmen, aber es muss bekleidet sein mit dem Wie. Wie muss ich etwas ausdrücken? Damit das Wort Wahrheit bleibt, damit es zum Leben führt und nicht zum Tod. Ich nehme das Beispiel der Zurechtweisung oder das Beispiel, wo wir jemandem auf die Sprünge helfen wollen oder wenn jemand Fehler macht und man will ihm irgendetwas beibringen. Das ist eines der typischen täglichen Dinge, mit denen wir uns konfrontieren. So soll ich jemanden zurechtweisen? Nun könnten wir sagen grundsätzlich ja. Aber die Frage ist wie und noch wichtiger wann und wer ist es, den ich zurechtweisen will? Weil wenn ich das alles nicht beachte, dann wird aus dem Ganzen, was ich tue, genau das Gegenteil von dem, was ich beabsichtige. So eine Frau sagt mir, sie hat gewisse Dinge, die sie bei ihrem Mann stören. und die der Mann falsch tut. Ja, das haben wir alle. Ich denke, jeder kennt seinen Partner und weiß, er ist kein Heiliger, er macht Fehler. Und jetzt ist in uns die eine Sache, dass wir helfen wollen, aber auf der anderen Seite wollen wir auch dominieren. Unsere Motivation ist, über den anderen zu bestimmen. Und so kommen Dinge zusammen, die nicht zusammen passen und wir stürzen uns auf den anderen mit Recht im Was, aber mit völligem Falschem Wie, mit falschem Zeitpunkt in dem Moment. Deshalb würde ich grundsätzlich sagen, wir müssen uns bevor wir jemandem helfen wollen, nach dem Grundsatz vorgehen, den ich auch schon häufig angesprochen habe, der auch sehr schwierig ist umzusetzen, den muss man lernen mit viel Ausdauer. hole zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter rausholen kannst aus dem Auge deines Bruders, deines Nächsten. Es ist so leicht, den Splitter zu sehen und es ist so schwer, den Balken in den eigenen Augen zu sehen. Deshalb, wenn ich ein Problem bei dem Anderen sehe, bevor ich es anspreche, muss ich alle drei, alle vier Aspekte deutlich und gründlich überlegen. Aber da sagen wir, es gibt keine Zeit, ich muss doch jetzt die Ermahnung machen, jetzt sehe ich das Übel, jetzt muss ich es angehen. So wenn eine Mutter sieht, das Kind macht jetzt was Falsches und sie muss ihn sofort korrigieren. Und das tut sie immer wieder und so lernt das Kind nie zu überlegen, bevor es handelt. Weil es hat ja jemand der sich den ständig korrigiert. Aber die Zeit kommt, wir werden erwachsen und da ist keine Mutter da und wenn sie auch da ist, mögen wir sie nicht mehr anhören, wie sie uns korrigiert und dann sind wir auf uns gestellt. Und dann kommt die Konfrontation, die Herausforderung und wir fallen rein, weil wir haben ja Recht in der im was aber wir haben nach den anderen Teilen völlig unrecht. So es reicht nicht an einer Stelle Recht zu haben. Wir müssen an allen Stellen Recht haben. Alles muss zusammen harmonisch kommen. So ich muss also bevor ich ermahne mir Gedanken machen, dass ich alles berücksichtige. Und ich sagte dieser Frau, die mich plötzlich fragte, soll ich meinen Mann nicht mehr zurechtweisen? Sage ich, es wäre besser, ihn nicht mehr zurecht zu weisen, bis nicht das Problem bei dir erledigt ist. Und zweitens musst du dir überlegen, wie du ihn zurecht weißt, dass du nicht sein Stolz ansprichst, sein innerstes Ich, was sofort, wie wenn man das anspricht, dann ist das wie mit einer Stachel in einem Ballon, Luftballon, dann explodiert es. Und dann hat man nichts erreicht. So, man muss so vorgehen, dass man den Luftballon berührt mit dem Wort ohne, dass er kaputt geht, weil dann explodiert. Dann hat man nichts geschaffen. Und man muss so vorgehen, dass man dann den richtigen Zeitpunkt findet. Und ich möchte auch das sagen, die Schrift sagt uns, es gibt Menschen, die kann man zurecht weisen, und es gibt Menschen, die kann man nicht zurecht weisen. Wir haben hier in der jetzigen Abschnittsbetrachtung ganz klar den Hinweis, dass wir den Spötter nicht zurecht weisen sollen. Oder den Narren, weil er verachtet die Zurechtweisung. Das ist Werfen der Perlen vor die Säule. Das hat Jesus nicht getan. Wir brauchen im Vorfeld bevor wir handeln, bevor wir reden, muss das Ganze gut überlegt sein, gut zusammengebaut. Wir müssen beachten, dass wir nicht überrascht werden von der Reaktion des Anderen. Wir brauchen eine Strategie, wir brauchen einen Plan. Der fällt nicht vom Himmel, den muss man sich zusammen mit Gott erarbeiten. so wie könnte das aussehen? Und ich denke, wir lernen am meisten. Ich lerne aus meinen schlimmen Fehlern. Ich lerne, mein Herz zu erkennen, meine Reaktion, meine Worte an häufig, an der Art und Weise, wie mein Körper darauf reagiert, aber auch wie andere darauf reagieren. Liebliche Worte, sagt uns die Schrift durch Salomo, sind wie Honig sein. Wie Honig sein. Sie erquicken das Herz und geben Kraft unserem Inneren. haben wir das bedacht. Liebliche Worte sind wie Honig sein. So entscheidend ist also in dem ganzen Prozess des Redens, dass wir lernen, dass was mit dem wie wunderbar zu kombinieren, so dass es ein schönes, wahres Paket ist. Ich muss sagen von meinen Fehlern, dass ich am was vielleicht nicht so vulnerabel bin, falsch zu tun. Obwohl ich doch da noch nicht sagen kann, ich kontrolliere es vollkommen. aber wo ich meistens mich verirre, ist es im Wie dessen, was ich sage. Und das Wie beinhaltet sowohl den Blick, die Körperhaltung, das heißt die Mimik und vor allen Dingen der Ton. So lasst uns vielleicht diese drei Dinge aufschreiben, die zum Wie gehören, dass wir sie nicht wieder vergessen. So, ich brauche also bei dem Wie, das ich beachte, es muss also das Wie, es muss auf den Blick, auf den Gesichtsausdruck Auf die Körperhaltung Insgesamt, nicht nur des Gesichts. Dann muss ich auf den Ton vor allen Dingen achten. Weil wenn ich nicht auf den Ton achte, dann habe ich ein großes Problem. Weil der verrät mich, der verrät meine Stimme, der verrät mein Inneres. So lasst uns das nie vergessen. Es ist das, was wir so leicht übersehen, wo wir die Kontrolle so leicht verlieren. Wir mögen auch die richtigen Worte stammeln oder deutlich ausdrücken, aber wir haben an diesen Stellen die falsche Haltung zum Wort. Wir sind nicht in der Harmonie des, was wir sagen. Es sind nicht liebliche Worte. Sie kommen nicht aus einem Herzen des Guten, sondern obwohl sie Worte der Wahrheit sein mögen, sind sie Worte der Unwahrheit, weil sie kommen aus der Quelle des Bösen. Wann ganz wichtig ist das Wann. Wann sollte ich etwas sagen? Doch hier haben wir eine große Not. Wir denken immer, es muss sofort sein. Wenn wir das Problem sehen, dann müssen wir es ansprechen. Es ist, glaube ich, fast nie der Fall, ein Problem sofort anzusprechen. Fast nie der Fall. Deshalb ist es der Zeitpunkt der Zeitpunkt meiner Rede außergewöhnlich wichtig. Ich muss Gott bitten, mir den Zeitpunkt klar zu machen. Auch der Zeitpunkt kommt aus der Wahrheit. Es ist kein kluger Mensch, der Worte ausspricht, auch wenn sie lieblich und der richtige Ton und die richtige Haltung ist, aber es ist der falsche Zeitpunkt, kommt es genau dort heraus, wo es nicht herauskommen soll. So nicht einmal der Ton macht allein die Musik, sondern der Zeitpunkt ist enorm wichtig. Ist der andere denn in der Lage zu verstehen, was ich ihm jetzt sage? Ich erfahre das an meinen Patienten, wenn sie mit ihrer Not zu mir kommen und anfangs war ich sehr schnell, ich wusste ja, was ich ihnen sagen wollte, hier habe ich mich auch mit der Zeit etwas verbessert, aber wo ich wie ein Elefant im Porzellanladen mich verhielt, war ich, man sagt es ihnen zum falschen Zeitpunkt und man überlegt nicht vor, er kann dieser Mensch das jetzt verarbeiten, auch wenn ich sehr lieblich bin und fein und ich es schön rüberbringe, ist es der Zeitpunkt, kann dieser Mensch das jetzt vertragen? Das ist ohne Gott nicht möglich und so erkennt man mit der Zeit, kriegt man einen Erfahrungswert an welchen Menschen kann ich jetzt schön das heranbringen und an welchen nicht zum jetzigen Zeitpunkt und dann bittet man Gott und wenn man sieht, dass man macht gewisse Annäherungsversuche und es öffnet sich keine Tür, dann hält man sich zurück und bestellt einen Patienten nochmal ein in ein paar Wochen und sagen wir kontrollieren das noch einmal um dann zu sagen okay vielleicht habe ich dann eine bessere Möglichkeit vielleicht gibt es dann einen besseren Zeitpunkt ich bin mit Menschen die ich vor Jahren zu mir in die Praxis kamen und ich hätte damals schon gewollt mit ihnen zu reden die aber völlig verschlossen war die kommen jetzt nach Jahren und plötzlich habe ich eine offene Tür und der Zeitpunkt ist gekommen wo ich ihnen das was ich vielleicht vor Jahren schon sagen wollte sagen kann so es macht keinen Sinn dass wir zwei Teile haben und dass wir sagen wir holen das von Gott aber wir vernachlässigen den Zeitpunkt wann wir es sagen sollen und dann kommt natürlich auch an wem hier sagen wir sagen wir sagen wir alle Menschen brauchen das Evangelium also muss ich es in allen sagen ja und nein allen vermittle ich eine Botschaft durch mein Wesen durch meine Worte durch meine Wahl aber ich muss wenn ich an wehen habe vor allem aufpassen ja hier ist hier ist das was wiederum anscheinend wichtig was sage ich wem ja sicherlich mit richtigen Haltung mit dem richtigen Ton zum richtigen Zeitpunkt aber lasst uns nicht ignorieren wenn wir vor uns haben weil man kann nicht jedem alles sagen geht nicht die Kapazitäten stehen nicht da die die der andere hat die Erziehung die Herkunft das sind so viele Aspekte die wir bei dem gegenüber berechnen müssen um weise zu sein wenn wir etwas sagen so lasst uns diese Betrachtung kurz zusammenfassen es ist wichtig dass wir beim Studium der Sprüche was lernen dass wir nicht über die Texte hinweg gehen und am letzten Sabbat da war ich in einer Gemeinde im fernen Osten und einer der Prediger der am Sabbat Nachmittag dann mit mir sprach sagte jetzt nach diesem Seminar das wir mit ihr hatten über die Woche machten die Bibeltexte die wir durchgenommen hatten völlig einen anderen Sinn und bisher lasen wir und brachten den vers als einen als ein Bibel Argument weil es ja so geschrieben steht aber jetzt plötzlich merke ich es ist relevant für mein eigenes Leben es macht Sinn es ist lebendig es ist praktisch und wir haben uns in der Sabbatschule deutlich klar ist uns klar geworden dass das Wort Gottes in die Praxis unseres Lebens hineingebracht werden muss sicherlich weiß man das theoretisch aber man merkt es nicht und ich merke es auch nicht in unseren Gemeinden man mag noch so sehr die Sprüche durchlesen und in fünf Jahren kommen wir wieder zu ihnen und der Mensch ist genauso dumm geblieben und genauso zurück geblieben und er hat sich nicht verbessert in seiner Haltung in der Gemeinde in seinem Reden mit den anderen weil er das Ding nicht in die Praxis umgesetzt hat und vielleicht auch nicht verstanden hat dass es in die Praxis umgesetzt werden muss und weil man leichtfertig über die Dinge geht das sagt aber die Schrift nicht wenn sie durch Salomon sagt neige dein Ohr zu meiner Rede mein Kind und tue das heißt neige setze es um ein Studium der Schrift das nicht mich verändert ist sinnlos es kommt und wird dir nur zum Urteil zum Nachteil es macht keinen Sinn wenn wir dieses Wort studieren um darüber zu fliegen um es vielleicht eine ganze Menge von Erkenntnissen hier in unserem Sinn speichern aber letztendlich kommt es in den zum Umsatz zum Umsetzen nicht deshalb der Umgang mit Worten ist einer der wichtigsten wenn nicht der wichtigste weil Worte entstehen aus dessen aus Gedanken aus einem Pool durch Gedanken nehmen wir Sachen auf wir speichern sie und wir müssen sie umsetzen und wir sind nicht weise wenn wir nicht alle Aspekte betrachten wir sind auch nicht in der Wahrheit wenn wir nicht das wie das wann und an wen in jeder einzelnen Situation berechnen können und wiedergeben können dann sind wir nicht in der Kontrolle unseres Wesens und wir tun nicht das was richtig ist und unser Pol die Herkunft unserer Information ist nicht aus der Wahrheit so lasst er uns das verstehen Menschen können sagen ich bin schon 30 Jahre 50 Jahre in der Wahrheit aber sie sind beim wie so zurückgeblieben wie es nur geht sie sind nicht in der Wahrheit weil sie haben die Wahrheit nicht verstanden wie sie funktionieren sie haben nicht verstanden was letztendlich zählt die Wahrheit ist ein Paket sie ist gekleidet mit einem Kleid und sie ist vernünftig weil sie denkt an den Zeitpunkt und sie kalkuliert das Gegenüber ein ja das können wir in unserem Geist sehr schnell tun aber wir können es nur tun wenn wir es eingeübt haben in uns wenn wir mit Gott verbunden sind wenn das Vertrauen nicht mehr auf uns selbst ist dann können wir alle Aspekte die dazugehören nicht vernachlässigen ja wir brauchen eine Zeit es zu lernen aber wir wollen doch dahin kommen ich zumindest möchte die Gabe des Redens mit der mich Gott ausgestattet hat und alle haben wir diese Gabe bekommen außer wir sind taub stumm wir alle haben die Fähigkeit zu reden und unsere Worte offenbaren die Quelle unseres Lebens und sind wir geblendet und bleiben bei Halbsachen und meinen wir haben es erreicht dann sind wir eines Tages werden wir geprüft werden und es wird nicht gut aussehen genauso ist es wichtig dass wir diese Sachen umsetzen so wollen wir Menschen werden aus deren Herzen alles herauskommt was dort ist im Sinne dessen der der Güte Gottes der Weisheit und der Klugheit Gottes haben wir Jesus hier gesehen in einer Zwickmühle ja wir haben ihn hat er sie alle lösen können wenn man nur denkt an die Situation wo diese Frau zu ihm gebracht wird im Ehebruch und sie sagen Moses hat uns gesagt wir sollen sie steinigen was sagst du und Jesus was sagt er er sagt nichts aber er tut etwas er schreibt etwas und und dann sagt er etwas nachdem er eine information vermittelt hat die jeder für sich wahrnehmen konnte wirk kein wirk ohne Sünde ist der werfe den ersten Stein Risiko Null Risiko für die Frau Null Risiko er war der einzige wer einen Stein hätte werfen können aber sie verzogen sich alle und er warf den Stein nicht weil er kam nicht zu verdammen sondern um zu erlösen wir werden und kommen immer wieder und ich muss sagen aus meinem eigenen Leben täglich in Zwickmühlen vielleicht manche sind schwieriger manche sind leichter und da braucht man doch den Geist Gottes da braucht man eine Weisheit von oben die einen fähig macht nicht spontan sondern überlegt und mit klaren grundsätzlichen Gerüst auf das man sich stützt zu antworten zu reden und insgesamt richtig zu handeln nicht spontan ja der Geist Gottes bringt uns in der Situation die Sache in Erinnerung aber die Erinnerung ist eine Sache die man gespeichert hat sie ist ein Erfahrungswert den man genommen hat und man beruht es nicht auf die jetzige Situation sondern auf den Grundsatz der Situation Ne neige 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 Ohr und höre auf die Worte der Weisen und dein Herz achte auf meine Erkenntnis das ist Gott spricht hier zu uns durch den Psalm achte auf meine Erkenntnis denn das ist lieblich wenn du sie in deinem Inneren bewahrst wenn sie allesamt bereitstehen auf deinen Lippen das heißt du bist trainiert und jetzt kommst du in die Situation und du hast die Sache bereit weil du hast es grundsätzlich so aufgebaut dass du richtig darauf reagieren konntest und kannst du wirst vielleicht überrascht kurz kurzfristig von der Situation aber dann verbindet sich ja dein Geist mit dem Geist der Gottes automatisch weil es ist ja gewohnt an die Quelle zurückzugreifen und zu sagen okay jetzt wohin wie und dann hat man ja die Erkenntnis gespeichert man hat sie drin und man hat sie bereit damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt lehre ich dich heute ja dich hier ist die Wahrheit das entscheidende ich habe es sie von Gott habe ich dir nicht vortreffliches geschrieben mit Ratschlägen und Lehren um dich die zuverlässigen Worte der Wahrheit wissen zu lassen damit du die Worte der Wahrheit denen weiter gibst die dich senden Gott hat uns gesandt in diese Welt wir sollen ihn darstellen so wie Jesus ihn dargestellt hat an unseren Worten an unserer an unserer Weisheit wird man uns erkennen ob wir Kinder Gottes sind oder nicht so wenn du Worte sprichst müssen sie nicht nur überlegt sein von dem Inhalt sie müssen begleitet sein von einer Haltung die muss lieblich die muss zum Worte eine klare Kleidung tragen nicht widersprüchlich sein ihr wisst manchmal geben die Eltern ein Wort und die Haltung ist völlig anders so ist es eine widersprüchliche Information katastrophal katastrophal für das Kind es wird sich nicht das auswählen was richtig ist sondern das was falsch ist es wird es wird sich an der Haltung wahrscheinlich orientieren nicht am Wort selbst dann müssen wir wissen wann müssen wir reden und wann müssen wir schweigen die Bibel sagt auch der Narr gelte als weise wenn er schweigen würde und dann müssen wir immer berücksichtigen wen wir vor uns haben wen wir ansprechen ist entscheidend wir können nicht jedem alles sagen wir können nicht jedem jede Situation klar machen weil nicht jeder dieselben Erfahrungen dieselben Informationen mit sich bringt weisheit ist uns notwendig alle diese drei vier Punkte müssen genauestens überlegt gespeichert hinterlegt werden und dann kann in jeder Situation durch die Gnade Gottes durch seinen Geist unser Geist darauf zurückgreifen und antworten nicht spontan nicht auf eine Eingebung sondern bevor er spricht berücksichtigt er den Grundsatz nachdem er handelt dann sind wir weise dann wird sich das Wort erfüllen dass wir Gott wirklich darstellen als seine Kinder dann wird unser Dienst ein erfolgreicher sein für viele Menschen zum Leben und ich hoffe wir alle wollen das nie vergessen das Tod und Leben steht in der Macht der Zungen Amen